Das sogenannte Internet befriedigt heute unsere Bedürfnisse nach Informationen aus dem privaten Bereich. Die kunterbunte Welt der Bits und Bytes ermöglicht täglich hunderten Menschen den digitalen Austausch. Auf sogenannten Social Networks wie Twitter, PewTube oder knuddels.de geben sich moderne User aus der ganzen Welt ein Stelldich ein. Kommen Sie mit uns auf eine Entdeckungsreise in die Welt der digitalen Identität. Doch Vorsicht, Mitglied in einem Social Network zu sein, birgt auch Gefahren und ist nicht nur ein Wunder der Technik. Lassen Sie uns einmal schauen, wie schwierig es früher war, fremde Menschen kennenzulernen. Hallo, mein Name ist Dieter Müller. Ich bin IT-Systemadministrator und bin 36 Jahre alt. Meine Hobbys sind Masturbieren und Heavy Metal. Und wer bist du? Ja, das waren früher noch schwierige Zeiten, als man noch nicht das Internet zu nutzen wusste. Aber mit Facebook und Co. hat das starke Geschlecht die Möglichkeit, es anders zu machen. In Ihrem persönlichen Internetprofil können Sie nur die Dinge angeben, die Sie andere auch wirklich wissen lassen wollen. So entsteht ein wesentlich besseres Bild Ihrer Persönlichkeit. Gefällt mir. Gefällt mir. Wie alle modernen Technologien birgt das Internet allerdings auch die Gefahr des Missbrauchs. Durch sogenannte Leaks oder Malware-Attacken können Viren und Trojaner im WWW Schindluder mit ihren persönlichen Informationen treiben. Gefährliche Datenkraken oder sogenannte Googles können möglicherweise Ihre persönlichen Daten an dubiose Abmahnanwälte oder die GEMA weiterverkaufen. Angstwort Identity-Theft. Seien Sie also immer vorsichtig, was Sie wo schreiben. Aber keine Angst. Werden Sie Mitglied in einer modernen Gesellschaft im Internet. loggen Sie sich im sozialen WWW ein. Denn die Zukunft ist jetzt. William Kohn? Ja? Sie sind festgenommen wegen zu viel Internetkompetenz. Auf Wiedersehen und bis bald beim nächsten Ratgeber Internet. Dann mit dem Thema Zankapfel-Urheberrecht bei Kinderpornografie. Was ist erlaubt, was nicht. Bis bald im Cyberspace. Ich danke Jesus. Ironie funktioniert nicht bei Gesichtsbehaarung und Sehhilfen. Herzlich willkommen zu Roche und Böhmermann. Ist auch meine Meinung. Jetzt geht's aber richtig los. Jetzt? Müssen wir eigentlich aus dem Bild rausgehen? Ja. Ja. Eben. Prost. Hallo. Hallo. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu Roche und Böhmermann. Hallo. Schön, dass Sie alle da sind bei ZDF Kultur und im Internet. Wir haben heute eine ganz besonders tolle Sendung vorbereitet. Lieber Cyberspaces da draußen. Eine ganz tolle multimediale Internetsendung, weil wir absolut inkompetent sind. Was das angeht, haben wir uns ein bisschen Hilfe geholt. Einen warmen Applaus für unsere Assistentin heute Abend. Die bezaubernde Ines. Ines. Bevor wir erklären, was Ines alles genau heute mit uns vorhat, stellen wir unsere Gäste hier am Tisch vor. Der erste Gast, dem habe ich tatsächlich die Frisur nachgemacht. Ist mir gerade aufgefallen. Und er knallt nur jüngere Leute. Rolf Eden. Danke. Unsere zweite Gästin ist die einzige Frau im gesamten ZDF, die sich mit Internet wenigstens ein bisschen auskennt. Das war Grund genug, sie einzuladen. Janine Michaelsen. Er macht eine extrem coole Sendung bei ZDF Neo. Wild Germany heißt die. Manuel Möglich. Er ist Strafverteidiger, Law-Blogger und er weiß, wann man mit der Polizei besser nicht reden sollte. Udo Vetter. Ich bin Schalke-Fan. Ich freue mir den Arsch ab, dass der heute da ist. Der hat nämlich mal da gespielt. Hans Sabei. Und nicht zu vergessen, Hans Sabei natürlich auch Internetphänomen, deswegen auch heute absolut herzlich willkommen in unserer Sendung als Internet, das Internetphänomen, Hans Sabei. Ines. Danke. Heute haben wir bei Roche und Böhmermann eine ganz besondere Sendung, eine multimediale Sendung, eine interaktive Sendung. Das heißt, liebe Zuschauer, daheim an den Empfangsgeräten, also wenn Sie uns im Internet sehen oder im Fernsehen, Sie können sich heute beteiligen, aktiv zum allerersten Mal. Sie können uns erreichen über Twitter, ist das richtig? Korrekt. Über Facebook sind wir zu, und du chattest auch während der Sendung mit den Leuten. Gerne. Haben Sie Internet, Herr Eden? Ja, habe ich, aber ich weiß nicht, wie man damit spielt. Keine Ahnung. Ich glaube, Herr Eden und ich sind die Einzigen, die Internet nicht nutzen. Ja, aber du schreibst Sexbücher und Herr Eden ist irgendwie auch so ein bisschen into Sex. Und das ist ja im Grunde genommen die Basis des Internets. Also deswegen... Der Grund ist Internet. Das ist praktisch, das ist Sex. Nix mit Buch hier. Praktisch. Sie sind Praktiker und Charlotte ist Theoretiker. Ja, ich bin nur eine Maulhure. Ach, wo wir gerade bei dem Thema sind, dann lass uns doch einfach mal gucken, was Herr Eden in seinem Leben sonst noch so angestellt hat. Das ist der Einspieler für Herrn Eden. Hallo. Ja, wir haben Rolf Eden eingeladen. Den dauergeilen Abschlepper, Lebemann, Sugar Daddy Rolf Eden, der schon mit über 1000 Frauen gebummst haben soll, der auf Miezen unter 30 steht, aber nicht mit sich selber schlafen würde, weil er sich zu alt fände. Nun, 82 ist ein beinahe biblisches Alter für einen schweren Nöter. Aber in einem derart langen Leben hat Rolf Eden eben auch etwas mehr gemacht als gebummst. Der als Rolf Schimon Eden in Berlin geborene Jude Rolf Eden flüchtete mit seiner Familie 1933 vor den Nazis nach Palästina, ging mit 14 von der Schule ab, arbeitete als Musiker, kämpfte 18-jährig unter Jezak Rabin in dessen Eliteeinheit im Ersten Arabisch-Israelischen Krieg, lebte als Musiker in Paris und ging 1965 zurück nach West-Berlin, weil die Stadt 6000 Mark Heimkehrprämie zahlte. Rolf Schimon Eden war The Man in der Berliner Nachtclub-Szene der 50er und 60er Jahre, Immobilienhai, Geschäftsmann, Schauspieler und unverbesserlicher Womanizer. Rolf Eden, warum haben wir das alles bislang eigentlich nicht gewusst? Danke, danke. Haben Sie gemerkt, dass sich die Wahrnehmung von Ihnen etwas geändert hat seit diesem Kinofilm, der jetzt lief? Ich habe so viele positive Sachen im Filneton über Sie gelesen. Ja, viele Leute fragen mich, sagen wir mal, stimmt das alles, diese guten, fantastischen Sachen, die ja über dich im Film gezeigt wurden? Denn es war ja nur ein Dokumentarfilm, nicht? Ja. Und wir haben ja fast ein Jahr viele Leute befragt, die mich so im Laufe meines Lebens kennengelernt haben und mit mir heute noch viele noch Kontakte haben. Und dieser Film, der heißt Big Eden und der war in Berlin zumindest, vielleicht auch woanders, im größten Kino Paris war, acht Wochen zum Beispiel, hat einen Riesenerfolg gehabt und vielen anderen Kinos auch noch. Und ja, und wir machen jetzt einen neuen Film, aber diesmal mit Schauspielern. Waren Sie denn immer schon so ein Bumser oder hat sich das irgendwann einfach so, haben sich einfach irgendwann geändert? Oder waren Sie schon als 18-Jähriger? Wieso warst du es denn? Ja, ich will ja. Also ein hochinteressantes Thema, also ich rüsche gebannt. Ja, mein Anwalt, ja. Ist das wirklich so? Ist der fette Anwalt? Nein, nein, nein. Aber er wird es werden, wenn das hier zu anrüstig wird, dann kann er dann viel Geld haben. Wann sind Sie Playboy geworden? Ja, Playboy wird man geboren, da kann man nichts tun, aber ja, das ist so. Also Sie waren immer ein Bumser, kann man so sagen. Das ist wie ein Komponist oder ein Musiker oder ein Schriftsteller, das ist man oder ist man nicht. Können Sie sich bei den vielen hundert Frauen, mit denen Sie jetzt schon geschlafen haben, überhaupt noch an, sagen wir mal so, ein oder zwei besonders schöne Begebenheiten erinnern? Also wissen Sie noch, was war der beste Sex, den Sie jemals hatten? Ja, das ist natürlich, ich hatte so viel Sex, ich kann jetzt nicht sagen, welcher der beste war, weil die meisten Sachen waren fantastisch. Aber ich habe ja jetzt eine junge Dame, das ist meine Freundin, die Brigitte, und da haben wir viel, viel Spaß. Wie alt ist sie denn? Das Problem, die ist schon alt, die ist 30. Oh, aber diese unter 30, diese unter 30 schon anzuhängen. Aber diese unter 30 Geschichte, ist das immer schon so? Haben Sie immer schon unter 30? Sie sagten, unter 30 geht nicht oder mit 30 jetzt. War das immer schon so? Durften die nie älter als 30 sein oder waren Sie Makulanten und gesagt, oh ja, 35, wenn der Arsch nicht hängt? Ja, es gab nur Ausnahmen, aber ganz wenige. Ja, aber da waren Sie betrunken, ne? Die meisten waren so zwischen 20 und 25. Was ist denn Ihre Spezialität? Können Sie eine Sache am besten, anal oder Missionarstellung? Also ich versuche, wie ich glaube, jeder kluge Mann soll das machen, sich wirklich der Dame anzupassen, damit man erstmal ein bisschen guckt, was hätte sie vielleicht und auf was steht die? Das heißt, Sie lieben auch wirklich die Frauen? Naja, ich möchte Sie natürlich auch befriedigen und ich möchte, dass Sie zufrieden sind. Vor allen Dingen sollen Sie auch wiederkommen. Und deswegen muss man vorher so ein bisschen streicheln, hier und da. Läuft das denn wirklich nur über Sex oder ist da auch noch, also dass die Damen sich dann finanzielles Versprechen von Ihnen? Also ich weiß nicht, was Sie sich versprechen, aber Geld gibt es bei mir nicht. Ich nehme Geld, aber geben tue ich keins. Ah, Sie schlafen mit Frauen gegen Geld, aber Sie nehmen nicht. Nein, nein, das sollte nur Spaß sein. Haben Sie denn irgendwie so eine gute Masche, die immer funktioniert bei Frauen? Ja, also meine Masche ist, kann man nicht sagen, immer dieselbe. Ist immer, ich muss mich natürlich ein bisschen anpassen. Ich hatte jetzt, gerade jetzt, eine kleine Geschichte mit einer Dame. Sie jetzt hier Backstage, oder was? Nein, nein, nein. Wer war das? Hanna oder Sarah? Eine von beiden. Wir hatten den Blick, also es war da einfach nichts. Ja, nein, nein, nein. Hier war ich noch ganz artig, ist nichts passiert. Aber ganz ehrlich, Herr Eden, wenn Sie mir die Geschichte erzählen würden, dass Sie als als junger Mann, als Soldat bei den Israelis unter Yitzhak Rabin gekämpft haben, da hätten Sie mich eigentlich auch schon so gut wie im Kasten. Warum, benutzen Sie das als Masche, um Frauen rumzukriegen? Nein, nein. Oder sind das eher Frauen, die das weniger interessiert? Erstens weniger interessiert, außerdem ist das so lange her, dass die meisten Kinder von heute, die 17, 18 oder 20 oder 25, die wissen das gar nicht mehr, wer Rabin war und dass dann 1948 dieser Krieg war zwischen Israel und den Nachbarländern. Nein, nein, das würde ich heute gar nicht mehr in irgendeiner Weise auf den Tisch beugen. Nein, 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 das ist ganz moderne Sachen wie Gnedi V, darf ich sie im Rolls-Royce spazieren fahren? Aha, guck mal an. Ja, da sagt man doch sofort, ja, aber beim ersten Mal, da hattest du noch kein Rolls-Royce, oder? Wann denn? Beim allerersten Mal. Nein, da war ich 14 oder 15, da hatte ich gar nichts, außer meinen Charme. Lassen Sie Sie denn, lassen Sie Sie denn rein in die Locations? Also ich stelle mir vor, Sie kommen da jetzt in die Diskothek, gibt es da keine Altersbeschränkungen nach oben? Da gibt es schon überall, aber ich bin so bekannt in Berlin. Das ist der Vorteil, das habe ich mir gedacht. Das ist kein Problem, außerdem hatte ich ja selbst sechs Betriebe, alle am Kurvesen-Dammt. Ich hatte in Berlin 30 Jahre einen Playboy-Club, ein wunderschöner Club mit Swimmingpool und mit Tischtelefonen und viele andere und Go-Go-Girls vor allen Dingen. Ein Tischtelefon ist gut, warum haben wir eigentlich kein Tischtelefon? Das frage ich mich auch. Wir haben diesen Knopf hier höchstens in der Mitte. Herr Eben, ich habe mal so eine Mädchenfrage. Sind Sie denn noch verliebt? Ich habe nicht verstanden. Sind Sie noch verliebt, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt so eine wundervolle steinalte Frau? Ja, das interessiert mich, interessiert es sehr. Ich bin so verliebt, wie ich in meinem ganzen Leben noch nicht war. Ich habe diese Dame vor sieben Jahren kennengelernt und wir leben jetzt schon ein Jahr zusammen in meiner Wohnung, auch das erste Mal mit einer Dame zusammen. Und die Liebe brennt, sie fehlt mir jede Minute. Jetzt das erste Mal? Richtig verliebt, ja. Ich war schon auf. Es gibt noch Hoffnung. Herr Eben, es gibt schon die ersten Liebesanfragen für Rolf Eben. Ja, Rolf Eben ist gerade most wanted. Auf der 1 bei Twitter, ne? Auf jeden Fall. Alle wollen tausend Fragen an Rolf Eben stellen. Aber die Fragen fragen wir gleich. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass die Community glüht, Herr Eben. Die Community glüht. Liebe, das war jetzt sehr unnötig, habe ich dich abgewürgt, ne? Gar nichts, nö. Ist auch eine Frage, die mich interessiert. Es war aber auch voll schön, auch was er gesagt hat. Du hast mir nicht zugehört. Nee, konnte ich nicht, weil ich mich darauf konzentriert habe, die Anmoderation für die Einspielmatz von Janine Michaelsen mir im Kopf zurechtzulegen, die das bereits war. Hier ist die Einspielmatz. Die ZDF-Twitter-Expertin Janine Michaelsen hat keine Ahnung von Twitter. Diese Behauptung führe ich nicht weiter aus. Jeder, der möchte, kann einmal im Internet nachschauen, was ich damit meine. Aber von Bühnendarstellungen hat die 30-jährige Mutter einer Tochter namens Zöö Ahnung. Beziehungsweise sie hat ein Diplom als Bühnendarstellerin von der Stage School of Musical, Dance and Drama. Die sehr gut spanisch sprechende Fleischesserin behauptet von sich, dass sie täglich acht bis zehn Stunden online sei. Also in diesem neumodischen Internet, von dem zurzeit alle reden. Das ist womöglich noch ein Überbleibsel ihrer Zeit bei Ehrensenf, jener legendären Internetshow, in der sie der unvergessenen Katrin Bauerfeind als Präsentatorin nachfolgte und bei der sie im Übrigen auch das Moderieren erlernte. Damit wäre in etwas mehr als 140 Zeichen eigentlich schon fast alles über Janine Michaelsen gesagt. Die Bild-Zeitung meint übrigens, dass man von ihr bestimmt noch viel sehen wird. Und wenn die Bild-Zeitung das sagt, dann stimmt das auch. Ich finde, es gab nach diesem komischen Usedom-Unfall während der EM. Da kannst du ja nichts führen. Meinst du die ganze Veranstaltung oder nur das, was da passiert ist? Nee, nur so die Bühne und warum die da waren. Und die Insel aber auch. Und die Menschen auf der Insel. Für Usedom selbst kannst du ja nichts. Du kannst ja nichts mehr führen. Und das Twittern, und das Twitter, und das Facebook. Und das war so gemein, weil jedes Mal, wenn du aufgetreten bist, du hattest, ich schwöre, du hattest doch eine bessere Maskenbildnerin als die anderen. Das war so gemein. Du hattest immer deinen Auftritt und du hattest immer so mehr Sonne im Gesicht. Du warst wahr. Das schöner Geschmink, aber ohne schönere Haare. Und du hattest immer so eine eigene kleine Windmaschine. Die dir immer so in Zeitlupe die Haare so um den Hals gewinnt hat. Alle waren in dich verliebt. Wenn man von McDonalds diese kleinen, vor jeder anderen Fastfood-Kette, diese kleinen... Man kann bei uns McDonalds sagen, es gibt nur McDonalds. Das ist doch ein sehr guter Laden. Sehr gut, sehr gut. Ich kaufe nur von McDonalds. Ich hatte tatsächlich rein technisch einfach Schwein, weil ich stand denen gegenüber. Und immer dann, wenn ich dran war, stand die Sonne mir ins Gesicht. Und die standen halt mit dem Rücken zur Sonne. Das war einfach nur Pech. Unsere Internet-Expertin Ines ist am Tag zwölf Stunden im Internet, also ein bisschen länger als du. Gibt es schon Reaktionen von Twitter? Ronald McDonald, also at Ronald McDonald, fragt Janine, ob du mal mit Jan ein wenig pumpen gehen würdest, weil er doch so schmechtig aussieht. Und du... Du hast wahnsinnige... Oh ja. Du bist echt trainiert. Du hast so ein Britta-Steffens-Kreuz. Also jetzt nicht... Im besten Sinne. Das ist... Bist du... Schwimmer, Ex-Schwimmerin? Nee, ich... Genau. Ist das unsensibel, wenn man das Frauen fragt? Ich glaube schon. Ein bisschen, aber mach nichts. Nee, 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 aber du siehst... Also ich habe Angst vor dir. Das ist auch richtig so. Entschuldigung, ich bin 1,20 groß, da kann man auf jeden Fall Angst haben. Das stimmt nicht, du bist über 1,20. Der Jan ist sehr, sehr unsportlich. Das macht man total wahnsinnig, wenn andere Sport machen. Das tut mir leid. Du machst Sport, ne? Bei Woman-Fitness oder wie? Nein, ich gehe nicht so gerne ins Fitnessstudio. Laufen? Ich war mal... Das habe ich... Nee, Laufen finde ich voll blöd. Yoga. Voll blöd, nein. Yoga. Auch kein Yoga. Ja, dann sag doch mal was. Alles das, was so passiert... Ich mache so eine tolle Extremsport-Sendung. Ja. Bei welchem Sender? ZDF Neo? Nein, ZDF Info. ZDF Info gibt es auch? Ja, sicher. Was ist das denn für ein Scheiß? Kannst du... Gibt es ZDF Info? Kannst du mal kurz gucken? Ja, twitter das mal. Wie wird das geschrieben? Wie man spricht, glaube ich. Wie man spricht. ZDF. Genau. Und da muss man so aussehen. Deswegen bekomme ich Tabletten, damit sich das aufpumpt und glaube, würde ich diese Sendung moderieren können. Nein, ich war jetzt gerade in Frankreich ein bisschen Wellen reiten. Das war sehr schön. Und das macht dicke Oberarme. Echt? Ja. Nicht so dicke wie deine? So schnell, oder wie? Das ist... Was denn? Vom Segel? Ohne Segel. Ohne Segel. Was machen denn die Arme beim Wellen? Paddeln. Also rauspaddeln. Eglisch. Ja, also doch schwimmen irgendwie. Ja, irgendwie schon. Ich bin aber früher auch mal schwammt. Schwimmen ohne Beine. Schwimmen ohne Beine. Beine aufs Brett. Gibt aber einen knackigen Arsch, weil du musst die Arschbecken zusammenkneifen und dann... Wichtig. Knackiger Arsch ist egal. Wie kriegt man die Pickel vom Arsch weg? Das war ein Thema letztes Mal. Ja, ohne Quatsch. Und Michaela Schäfer war da und hat mich so verrotten lassen. Ich konnte die ganze Nacht nach der Sendung letzte Woche nicht schlafen. Weil du so einen großen Pickel am Arsch hattest. Nein, ich wollte sie immer nach den Beauty-Geheimnissen fragen. Ich wollte positiv fragen. Nicht so feministisch zickig sein und sagen, tu uns was nicht an, operiere dir deine Brüste nicht und so. Sondern ich wollte sagen, wie kriegt man so schöne Haut am Po und so. Also wenn ich mal was sagen darf. Ich habe eine Mandantin aus der Filmbranche, die hat den Vertrag verloren, weil sie da an der Stelle einen Pickel hatte und nicht in HD filmen konnte. Das gibt's. Aber die ist nicht bei ZDF Info und auch nicht bei ZDF Kultur. Da muss sie bei ZDF Neo sein, denn nur dort laufen solche Filme. Ja, aber ganz tragisch, ganz tragisch. Kostet richtig Geld. Und wie hat das denn... Aber gibt es auch einen Fetisch dafür? Ich meine, das gibt es ja für alles. Für Arschspiegel gibt es keinen Fetisch. Nein. Ganz, ganz, ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den auch habe sogar. Du hast einen Arschspiegel-Fetisch. Manuel Möglicht kennt sich aus mit den krankesten Sachen. Erzähl mal von diesem einen mit dem Identity, Integrity, Body-Dingskirchen. Wenn der Wunsch zur Amputation so groß wird, dass man sagt, ich möchte meine gesunden Beine verlieren, weil ich dann erst gesund bin. Ja. Das hast du gedreht? Das habe ich mit meinen Leuten gedreht, genau. Da haben wir einen Film drüber gemacht unter anderem. Und das Beeindruckende ist, man denkt ja erstmal, wie du gerade sagst, das klingt ja total ein Freaks und krank. Aber wenn man mit den Leuten dann redet, merkt man, dass sie eigentlich, also der Mann saß, sitzt jetzt seit zwei Jahren im Rollstuhl und kann auch nicht mehr gehen, weil er keine Muskeln mehr hat. Und dem geht es gut. Ich habe schon lange nicht mehr so in sich ausgeglichenen Menschen gesprochen, wo man sich denkt, eigentlich geht das alles nicht, aber das gibt es. Aber diese Menschen können nur Leben, also ein gutes Leben haben, wenn endlich deren Beine abgeschnitten sind. Also er sagte zu uns, er muss nicht mehr in Therapien gehen. Er hat keine Depressionen mehr. Natürlich wird jede Krankenkasse dieser Welt sagen, wenn der Mann seine Beine verliert, ist er behindert und es kostet uns mehr Geld. Deswegen wird das auch nicht eine Krankheit sein. Aber es gibt auch Leute, die, naja, nach Asien oder in ferne Länder fliegen und dann vielleicht für 10.000 Euro sich umbauen lassen oder was abnehmen lassen. Das ist voll der Runterzieher. Okay, ich mache mal hier einmal den. Den lade ich mir mal runter. Was bitte? Den lade ich mir mal runter. Ja, das ist eine Nian-Kette, das ist was ganz Neues. Das ist ein richtig heißer, aber Internet, lass mal kurz gucken, wie kriegen wir das überein? Fetisch Internet, ich will Udo Vetter Fragen stellen, aber so eine Landsüberleitung hinbekommen. Das geht nicht, man muss nicht meine Überleitung. Udo Vetter, Sie sagen, man soll nicht mit der Polizei reden. Warum eigentlich nicht? Ich bin doch als Bürger, wenn mich der Polizist anspricht, dann muss ich doch mit dem Beamten erst mal sprechen. Das ist schon mal der größte Irrtum, den man überhaupt haben kann. Der wird übrigens genährt durch die ganzen Fernsehkrimis in Deutschland, wo die Polizisten immer in den Wohnzimmern rumlungern, Getränke angeboten bekommen und dann die Beschuldigten überführen. Das ist nicht der Fall. Man muss nicht mit der Polizei reden und ich sage auch warum, warum man es nicht sollte. Nämlich, weil die Polizei einem in der Situation, wenn man jetzt also eines Verbrechens beschuldigt wird, nicht glaubt. Alles, was du sagst, wird als unglaubwürdig dargestellt. Und das Einzige, was man dir glaubt, ist das Geständnis. Und wenn du gestehst, dann hat die Polizei ihre Arbeit gemacht und der Fall ist abgeschlossen. Eine kleine Zahl aus meiner Erfahrung, ungefähr 80 Prozent der Beschuldigten würden nie verurteilt werden, wenn sie nicht zu einem frühen Zeitpunkt ein Geständnis ablegen würden. Also, sie haben das Recht zu schweigen und das ist eigentlich die goldene Regel Nummer eins. Also, wenn ich jetzt angehalten werde von der Polizei, Verkehrskontrolle, dann muss ich mit denen nicht reden. Also, ich kann einfach sagen, nö, ich gebe ihnen auch nicht den Ausweis nicht. Aber was, wenn die denken, nee, der ist doch getrunken, der darf nicht weiterfahren. Wenn der Bulle kommt, dann... Ja, genau. Bulle darf man nicht sagen, dann kriegt man direkt Lager. Aber du bist nämlich... Das ist auch schon verbunden. Wenn, okay, wenn ein Polizist kommt, ich fahre mit dem Wagen sowieso... Also Bulle würde ich nie sagen. Sowieso als Farbiger wird sich schneller angehalten. Und dann, natürlich, ich kann doch nicht sagen... Aber weil du ja auch schneller fährst. Ja, ganz genau. Schnellen Wagen, ne? Aber Moment, willst du da mit unseren Schutzbeamten in Deutschland unterstellen, dass sie quasi Racial Profiling betreiben, also Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe öfter anhalten als andere? Ja, das... Ja, so direkt kann man es nicht sagen. Die denken natürlich, wenn du mit einem tollen Wagen da irgendwie fährst, dass du irgendein Krimineller bist, irgendein... Hey, komm, die denken sich, geil, das ist Hans Sapeil, lass den mal anhalten. Nö, der immer auf Hans Sapeil. Nein, eben nicht. Ob nicht für Hans Sapeil so ein anderes Rechtssystem gilt, so eins, wo nur Hans Sapeil drin vorkommt. Also ich würde das Thema nicht runterspielen. Es ist in der Tat so witzigerweise oder schrecklicherweise, das Verwaltungsgericht Koblenz hat neulich entschieden, dass Grenzbeamte im Zug auch die Hautfarbe als Kriterium nehmen dürfen, um Menschen zu kontrollieren. Das heißt also, es ist offiziell in Deutschland erlaubt, dass schwarze oder dunkelhäutige oder arabisch aussehende Menschen eher kontrolliert werden als andere. Ich finde das persönlich ganz schrecklich. Wir haben ein Grundgesetz, Artikel 3, Gleichbehandlungsgrundgesetz... Das sind diese Verdachtung abhängigen Kontrollen. Nein, das sind Grenzkontrollen, aber ich finde... Grenzkontrollen in Deutschland, haben wir noch Grenzen? Ohne Witz, wenn du mit dem Zug über Freiburg nach Basel fährst, kommen die Grenzpolizisten rein und wollen in deine Tasche gucken. Wie geht es denn? Auch in meinen. Und wenn du da sitzt oder er da sitzt, die werden nicht kontrolliert. Wenn der Hans da sitzt, fragen sie entweder nach dem Autogramm, wenn sie ihn kennen, oder sie kontrollieren ihn. So ist es. Ich hätte auch eine Frage. Ich bin letzte Woche von der Polizei kontrolliert worden. Ich bin mit dem Fahrrad bei Rot über die Ampel. Aha. Habe ich nicht gemerkt? Der Polizist kam zu mir an. Was so besoffen war. Nein. Das war am hellesten Tag. Er meinte, 6 Sekunden, 6 Sekunden. Und ich habe gar nicht gewusst, was er will. Und dann meinte ich, ui, und dann hat er gesagt, 6 Sekunden bei Rot. Ich habe dann nicht mehr viel gemacht. Was kann ich denn jetzt noch tun? Also er meinte, das kostet 100 Euro und einen Punkt. Und ich habe mich dann... Hast du gestanden? Nein. Ich habe gesagt, das habe ich gar nicht gemerkt. Ich war in Gedanken. Eigentlich habe ich nicht mehr gesagt. Ich musste meinen Ausweis rausrücken. Wie gehe ich jetzt da weiter? Naja, wenn er dich gesehen hat, dann ist er Zeuge. Und man weiß ja, wenn Polizisten vor Gericht aussagen, wird denen immer geglaubt. Es sei denn, du hast wirklich gute Karten und gute andere Zeugen. Aber da wirst du kaum noch was machen können. Vielleicht definieren wir dich auf... Oder kannst du dich auf Fahrlässigkeit drunter definieren. Dann kostet es nicht 10 Euro, sondern 5 Euro. Ganz kurzer Blick in die Community mal eben. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Ja, bei Facebook hat Amir P. passend zum Thema gerade geschrieben. Eine Frage an den mit der Glatze. Wie viel Knast kriegt man, wenn man aus Versehen jemanden abgezogen hat? Bitte antworten. Vier Ausrufezeichen. Das ist dringend. Aus Versehen jemanden abziehen. Also Raub eigentlich. Abziehen ist ja Raubkinder. Abziehen ist kein Kavaliersdelikt. Das ist Raub. Mit Waffe aus Versehen, abgezogen oder ohne Waffe? Mit Waffe oder ohne? Steht da was? Nee, aber ich denke mal mit, oder? Mit, denke mal auch mit. Immer worst case. Amir P. klingt nach mit. Also angesichts der Anrede würde ich ja dazu tendieren, die Aussage zu verweigern. Aber ich bin ja schmerzfrei. Das kann schon mal ordentlich geben. Also wenn man jemanden abzieht, im klassischen Sinne Jacke weg oder Handy raus, zwei, drei Jahre. Wenn man keine Vorstrafen hat, schon mal bis fünf. Und wenn man natürlich einen guten Anwalt hat, gibt es noch Bewährung. Fünf? Fünf für eine Jacke? Für eine Jacke, ja. Dann vergewaltigt man doch lieber jemanden. Aber dann hast du immer noch keine Jacke. Da kann man hinterher immer sagen, die Frau wollte es doch. Die Jacke nur da lassen. Stichwort, die Frau wollte es doch und stichwort juristischer Bein. Wir müssen ganz kurz überhaupt erklären, wer ist denn der Mann mit der Glatze, wie Amir P. gerade so despektierlich gesagt hat. Es handelt sich um Udo Vetter. Und dieser Einspielfilm wird ihn uns näher bringen. Jura ist das Studienfach für vollrasierte Bumsmäuse aus reichem Elternhaus, die gut auswendig lernen können und leicht nerdige Idealisten. Obgleich Udo Vetter auf dem Kopf zwar ein wenig nach Vollrasur aussieht, zählt der 1964 geborene Rechtsanwalt wohl eher zur zweiten Juristenkaste. Seit 2003 schreibt der ehemalige FDP-Stammwähler und neuerliche Pirat seinen Law-Blog, ein Blog, in dem sich der Mann ohne nennenswerte Hobbys regelmäßig ironisch unterhaltsam, aber präzise mit kuriosen oder bemerkenswerten Geschichten aus dem deutschen Justizalltag auseinandersetzt. Der nebenberufliche Vetterer Udo Twitter rät in Vorträgen davon ab, mit der Polizei zu reden. 2012 veröffentlicht Strafverteidiger und Dozent Udo Vetter sein Buch »Alles, was Unrecht ist – eine Gebrauchsanweisung für die deutsche Justiz«. Was Udo Vetter so privat macht, wissen wir nicht. Aber wir ahnen, dass der leicht unbequeme Udo Vetter nicht gerade mit übermäßiger Kulanz bei Polizei und Justiz rechnen sollte, wenn er eines Tages mal mit ein paar Sechser-Trägern Altbier zu viel in der Blutbahn aus dem Düsseldorfer Stadtverkehr gefischt wird. Wir haben bei der Vorbereitung für diese Sendung ganz viel auf YouTube ihre Vorträge angeguckt, wo sie in so Hörsälen für Studenten und so Vorträge halten. Ich habe gedacht, ich flippe aus, dass der Typ so ganz witzig erklärt, wie Betrunkene, die ja offensichtlich auch gefahren sind, witzig mit der Polizei umgehen. Und wie man Leuten die Rechte stärkt, die gerade besoffen gefahren sind. Und ich fand das eben überhaupt nicht lustig, dass man denen sagt, redet nicht mit der Polizei oder ihr müsst nicht in das Fräuerchen blasen. Ja, wenn ich das jetzt nicht witzig finden würde, hätte ich den Job nicht gemacht. Das ist mein Beruf, das den Leuten zu erklären. Und zwar im Alltag, also wenn jemand zu mir kommt wie er, wenn er bei Rot über die Ampel gefahren ist und mich fragt, wie komme ich aus der Sache raus. Das ist mein Job, ihm das zu sagen, nämlich seine Verfahrensrechte wahrzunehmen. Und ich nehme mir halt auch das Recht, das öffentlich zu sagen, weil ich kämpfe auch ein bisschen, ich habe es vorhin schon gesagt, gegen den deutschen Fernsehkrimi. Wo alle Zeugen immer sofort Auskunft geben, wo die Beschuldigten sagen, hallo, ich war es, in der letzten Minute natürlich immer. Aber das ist natürlich aus Sicht eines Beschuldigten nicht unbedingt nötig, denn du bist nicht verpflichtet, dich selbst zu belasten. Du darfst auch versuchen, rauszukommen. Und der Job eines Strafverteidigers ist, dafür zu sorgen, dass du rauskommst. Aber ich finde das ja eigentlich ganz gut, dass niemand weiß, dass man nicht in das Röhrchen blasen muss, sondern dass die dann da reinblasen und dann vielleicht Strafen zahlen müssen, den Führerschein abgenommen bekommen und nicht mich gefährden auf der Straße. Also ich verteidige viele Straftäter, auch Straftäter zum Beispiel, die angeklagten Kinderschänder, Vergewaltiger, Betrüger, alles, die ganze Palette rauf und runter, sogar mutmaßliche Terroristen. Oh Gott. Ja. Mutmaßliche Terroristen. Nur das ist die Rolle, die der Verteidiger spielt. Das heißt, es ist meine Aufgabe zu gucken, die haben ja so viele gegen sich. Was, die Polizei erst mal gegen sich, den Richter, den Staatsanwalt, die wollen dich alle in den Knast bringen. Dann hast du einen, der so ein bisschen darauf achtet, dass die Spielregeln eingehalten werden. Und es geht nicht darum, dass man jemanden rauspaukt um jeden Preis, sondern dass man darauf achtet, dass die Spielregeln eingehalten werden. Und wenn man das durchsetzt und der kommt dann raus, dann kann man als Strafverteidiger sagen, ich habe einen Erfolg gehabt. Aber es kommt durchaus vor, gerade bei den Sachen, die ich vorhin gesagt habe, was du so schön mit, oder sie so schön mit Kinderschänder umschrieben haben, da habe ich auch eine private Meinung. Und meine private Meinung kann ich eben nicht zur Schau stellen und auch nicht sagen, weil mein Beruf mich dazu zwingt. Das ist genauso, wie wenn ein mutmaßlicher, schwerverletzter Mörder ins Krankenhaus eingeliefert wird. Da kann der Arzt auch nicht sagen, oh, das ist ja ein Mörder, ich operiere dich jetzt nicht, lass den mal sterben. Hast du schon mal mit einem Anwalt zu tun? Also haben Sie in Ihrer wilden Zeit häufig mit Kriminellen und Anwälten zu tun gehabt? Waren Sie vielleicht selbst mal ein bisschen kriminell sogar? Nein, ich hatte nie was mit Anwälten. Nie verknackt worden, gar nichts? Nein, ich hatte nie Ärger mit Polizei oder mit Behörden oder ich brauchte auch nie Anwälte. Seitdem, eine Kleine hat mich ja verklagt jetzt, die war 17 oder 18. Nee, umgekehrt, ich habe sie verklagt. Also Sie haben sie verklagt, weil sie 17 oder 18 war? Nein, nein, ich habe sie verklagt, weil sie war... Zu alt. Nein, 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 sie hat mittendrin, wo wir uns im Bett schon ein bisschen amüsiert sind und gesagt haben, nein, mit ihr schlafe ich nicht, du bist mir zu alt. Da hast du sie verklagt, würde ich auch. Ja, habe ich sie verklagt. Ist das denn schon illegal? Ja, natürlich, weil das ist Altersdiskriminierung. Ah, das war sehr nett. Ist das real life? Ja, das ist real life. Was ist das mit dem Kind? Nee, aber nur mit Kondom. Aber wenn die Vorhaut so groß ist wie ein Kondom. Das hat mit der Vorhaut nichts zu tun. Nein, nein, nein. Aber selbst dann, wenn du sie runter hast, ist ja unbekannt. Die Juden kriegen ja auch viele Babys die ganze Zeit und die haben keine Vorhaut. Ich? Nee, die Juden. Ich war kurz aufgelenkt. Die Juden haben keine Vorhaut. Nee, und deswegen kriegen sie noch mehr Kinder als viele andere. Das ist was, was Sie als Jude sagen dürfen. Ich als Deutscher würde er sofort in... Äh, ich als Deutscher. Oh Gott. Ich als Atheist, Entschuldigung. Furchtbar. Du, warum? Ich schneide ein Einspielfilm von Hans Sarpay. Hans Sarpay, Einspielfilm. Was dabei Schlimmes ist, überhaupt nicht. Hans Sarpay ist Einspielfilm. Diese ganze Diskussion, ob wir beschneiden oder nicht, die verstehe ich eh nicht. Das ist so ein Quatsch. Achtung, Beschneidung schreibe ich mir als Thema nicht. Hans Sarpay bekommt bei McDonalds einen Whopper. Hans Sarpay benutzt morgens Elmex und abends Aronal. Die Verkehrsregeln müssen sich an Hans Sarpay halten. Ja, wenn Hans Sarpay und Chuck Norris sich begegnen, dann explodiert das Universum. Denn der gebürtige Ghanaer Bundesliga-Fußballer war nicht nur eine halbe Ewigkeit Nationalspieler seines Geburtslandes, DFB-Pokalsieger 2010-2011 mit Schalke 04 und Buchautor, sondern auch eines der dicksten viralen Internetphänomene im deutschen Cyberspace. Der gelernte Anlagenmechaniker ist inzwischen, wie sich das für ein echtes Internetphänomen gehört, in die Fänge einer großen Werbeagentur geraten und verdient schmutziges Schokoladengeld als Testimonial für Napo. Daneben twittert er, setzt sich gegen Diskriminierung ein und versuchte in der Reha wieder fit fürs Profigeschäft zu werden. Die rheinische Frohnatur Hans Sarpay, für viele der nächste Bundespräsident unseres tollpatschigen Landes, ist der einzige Profifußballer, der die Cochonnes hatte, in unserer Möchtegern-Akademiker-Runde zu kommen. Wobei, Quatsch. Hans Sarpay ist ja nicht zu Gast bei Roche und Böhmermann. Roche und Böhmermann sind zu Gast bei Hans Sarpay. Erklär mir mal dieses ganze, dieses, wie ist das passiert, dass du ein Internet-Hype geworden bist. Ich kapiere das nicht. Ja, was gibt es denn nicht da zu kapieren? Fragt der Jan sich auch immer. Ich glaube, wer im Internet so häufiger ist, der hat das schon mitbekommen. Aber grundsätzlich ist es so, passiert natürlich, dass die Fans erstmal von Schalke Seiten gebaut haben, von Hans Sarpay gefällt das bis Hans Sarpay, das L steht für Gefahr und dann haben sich natürlich andere Gruppen noch dazu entschieden, auch andere lustige Sprüche darzubieten. Und die kommen alle auch noch von diesen Chuck Norris-Sprüchen, die man kennt und die wurden dann auch umgewandelt mit meinen Namen. und das hat dann auch, hatte so ein Hype daraus entstanden, den ich natürlich nicht aufhalten wollte und da... Also positive, positive Fit Store. Wie viele Freundschaftsanfragen kriegst du so am Tag? Ne, wie viele Freundschaftsanfragen... Freundschaftsanfragen habe ich ja gar nicht da. Das ist ja, das ist eine Fanseite und man kann mich nur liken. Wann ist der Punkt, an dem man geliked wird? Entschuldigung, das ist eine private, persönliche Frage. Wann hast du dich entschieden, du machst keine private Facebook-Seite, sondern nimmst du eine Like-Seite? Ich habe eine private Seite. Ja, aber nicht für die Fans. Ja, also man muss es mal erklären. Es gibt bei Facebook ja normale, große Seiten, also Stars, die werden nur geliked und es gibt Leute, die als ganz normale Facebook... Aber das macht man ja selber. Kann man sich ja selber aussuchen. Möchte ich bitte eine Seite, die man liken kann oder möchte ich eine, auf der man mit mir befreundet sein kann? Das kann man selber aussuchen. Komme ich mir vor wie eine Vase oder eine Puppe oder so. Kann man denn davon leben, der deutsche Chuck Norris zu sein? Was heißt Leben? Geld. Ja, kann man das irgendwie umsetzen, in das Geld auf dem Konto kommt, diese ganze Internetscheiße? Nee, Geld habe ich noch nicht jetzt gemacht. Vielleicht helft ihr mir oder so. Aber kann man schon noch ein Verbum machen? Du hast doch einen Rolex am Arm, oder? Guck mal, es ist eine Rolex. Guck mal, das ist nämlich der erste Journalist. Der sagt das sofort. Das Ding ist ja noch, ich habe ja auch noch Fußball gespielt, da habe ich Geld verdient. Deswegen habe ich die Uhr. Gönne ich dir. Nee, aber wie gesagt, jetzt habe ich eine Werbung gemacht für Nappo und da hat man ein bisschen Geld gekriegt, aber grundsätzlich jetzt Geld verdienen, tue ich jetzt nicht. Kriegst du keine Angebote für Schwarzwerbung, Schleichwerbung? Sehr gutes Wortspiel. Oder war es kein Wortspiel? Es geht ja häufig einher, Schwarzgeld und Schleichwerbung, das ist ja nicht weit entfernt. Auch sehr gutes Wortspiel. Hängt das die ganze Zeit total im Kopf rum, muss ich mal eben sagen. Das ist ja wahrscheinlich aufgefallen. Ich habe gesagt, Juden oder Deutsche. Das ist natürlich total, ich denke die ganze Zeit, das ist doch total, das ist ein großer Fauxpas. Ja, also draußen bricht wahrscheinlich jetzt vor dem Studio der Nationalsozialismus neu auf, aus, weil ich irgendwie jetzt mich vergriffen habe in der Rorte. Das wird vor allen Dingen der krasse Schiff. Du kannst das jetzt zurückrudern. Aber dir ist es aufgefallen? Wir sind alle froh, dass dir das passiert ist und nicht uns. Aber ihr habt es doch gar nicht gemerkt. Doch. Wirklich? Ja, klar. Weil er hat nur gesäuft. Das hat jeder gemerkt. Wirklich? Hast du nicht gemerkt, wie wir leise geworden sind? Wir haben nichts mehr gesagt. Das war alles so. Aber der Rundfunkrat guckt doch nicht euren Kanal. ZDF hat, glaube ich, kein Rundfunkrat. Nee, aber du kriegst hinterher bei Twitter gehen die Leute mit dir so um, als ob du gerade vor laufender Kamera ein Kind gegessen hättest. Oder versehentlich den Facebook-Account von Bonito TV mit dem echten von Harald Schmidt verwechseln. Genau, das ist nämlich ungefähr das Gleiche, wie Kinder vor der Kamera essen. Du hast danach, das gab ja so ein... Das war übrigens ein Twitter-Account, Mann, du fail. Habe ich Facebook gesagt? Ja, echt, das war ganz schön. Das ist, weil es in meinem Kopf nur das Internet gibt. Ich bin froh, dass ich Twitter und Facebook überhaupt auseinanderhalten kann. Du hast danach ein langes Interview der Bild-Zeitung gegeben. Bereust du das im Nachhinein? Nee, habe ich nicht. Doch, ich habe es gelesen. Ja, das ist nicht so lang, Gott sei Dank. Ein kurzes Interview. Soll ich, muss ich das sagen? Ja, das tut mir tatsächlich furchtbar leid. Moment, du wolltest mir gerade der Frage ausweichen, indem du quasi die Frage abgelehnt hast. Nein, ich habe kein langes Interview gegeben, sondern ein kurzes Interview. Das war gerade dein Trick, um der Frage auszuweichen. Du mieses Schlampe. Das war echt ganz schön dreist. War geil, oder? Also warum hast du der Bild-Zeitung ein Interview gegeben? Ach, weil du sitzt da. Guck mal, ich bin so ein kleines... Ich mache so Internet-Krams. Ja, und dann kommt auf einmal der große Papa ZDF und sagt, wir möchten total gerne Internet bei der EM. Und dann sitzt du da und machst abends, stehst du auf der Bühne und versuchst, Olli Kahn, irgendwie in drei Worten zu erklären, wie das mit diesem Twitter eigentlich funktioniert. Und da hat dir das Leben wirklich schwer gemacht. Das nennen wir Juristen einen untauglichen Versuch. Und dann erzählt dir da irgendwie parallel jemand auf dem Ohr, wie schnell du das jetzt machen musst, damit das alles noch hinhaut. Auf jeden Fall machst du auf einmal eine Seite auf und dann klingelt in deinem Kopf irgendwas nach, von wegen, da war was, da war was, scheißegal, komm, machst du jetzt einfach drei blöde Sprüche. Du gehst hinterher von der Bühne und denkst, war irgendwie nicht so geil. Aber mei, was habe ich gemacht? Ich habe einen Fake-Account zitiert. Da wird ja nicht die Welt von untergehen. Und dann machst du den Rechner an und dann denkst du, die Welt geht wirklich unter. Und dann sagen alle Menschen um dich rum, ja, also entweder du sagst da jetzt was zu oder alle anderen schreiben, was sie wollen. Und dann hast du gesagt, die einzige Möglichkeit, da was zu zu sagen. Ich habe ja ganz viele andere Sachen vorher zu anderen Leuten gesagt, aber das liest sicher keiner. Du liest halt nur die Bild-Zeitung. Du liest halt nicht die anderen wichtigen Blätter, die sich da stundenlang im Feuilleton mit mir auseinandergesetzt haben. Wie zum Beispiel Ose-Domer-Nachricht. Aber bist du denn jetzt sozusagen auch für die Bild-Angelegenheit genug kritisiert worden, dass du das bitte nie wieder machst? Ich bin erstaunlicherweise gar nicht... Nee, ich bin erstaunlicherweise... Also ich habe mich selber ganz übel in die Kritik dafür genommen. Ich bin erstaunlicherweise von einem sehr guten Freund dafür hart aufs Brett geschnallt worden und ausgepeitscht quasi verbal. Mit Recht auch. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als diese Mehmet Scheu-Geschichte da oben ganz oben drüber stand. Und ich habe das Ding ja vorher auch noch redigiert. Das war wirklich mal lang, aber da stand ganz schön viel Quatsch drin. Und den konnte ich noch rausstreichen, aber ein bisschen Quatsch ist übrig geblieben. Und am Ende des Tages muss ich sagen, ja, schade, habe ich halt mal gemacht. Irgendwie doof. Aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Aber machst du das denn dann nie wieder? Was soll ich denn dann nochmal machen? Ich habe ja schon mal... Nein, bei... Ja, bei... Mit der Bild sprechen? Nein. Ich schwöre auf meine... Ach, ist das schön. Auf die Zö. Ich werde nie wieder mit der Bild-Zeitung sprechen. Schön. Du bist junge Mutter, ne? Du sagst jetzt jung, das finde ich schön. Ja, junge Mutter, also du bist... Du bist eine junge Mutter. Also in den Verhältnissen, in denen wir jetzt leben, eine junge Mutter. Die Frauen kriegen immer später Kinder. Ja. Ist das schwer, beim ZDF als Moderatorin zu arbeiten und in der Öffentlichkeit zu stehen und eine junge Mutter zu sein? Das ist eine total einfühlsame Frage. Aber es ist allgemein schwer, einen Fulltime-Job und ein kleines Kind zu haben. Aber das ist scheißegal, ob du beim Rewe Regale einräumst oder ob du fürs ZDF vor der Kamera stehst oder für irgendeinen anderen Sender. Du musst das halt irgendwie organisieren. Aber ich glaube, ich bin voll der Orga-Honk, aber um mich rum können das ganz viele Leute und ich kriege sie vom Kindergarten abgeholt. Das geht. Das ist aber genauso schwer wie in jedem anderen Job, glaube ich, auch. Sind nach diesem EM-Usedom-Studio ganz viele Sender auf dich zugekommen und haben gesagt, wir wollen eine Sendung mit dir machen, wir wollen eine Sendung mit dir machen? Nö. Ich glaube, das finde ich. Ich habe von ganz vielen hinter den Kulissen gehört, alle flippen völlig aus. Jede Produktionsfirma ist heiß auf die... Gebt denen doch mal meine Handynummer an. Weil die wissen einfach nicht, wie die dich erfeinchen sollen. Weil die online, die können kein Internet, die können nicht Twitter, ne? Ich habe eine Faxnummer. Bevor wir zu Manuel Möglich-Kind, das ist total, ich habe immer so Unhöflichkeitsgefühle, Rolf Eden, wir reden auch gleich weiter mit Rolf Eden und Manuel Möglich. Wir müssen ganz kurz zur Community gehen, weil die ist auch wichtig heute. Sie erreichen uns bei R und B ist das Hashtag und bei Face... Facebook, genau. Ich wollte vorher fragen, kann ich auch ein bisschen Schnaps haben? Ja, bringe ich dir rüber. Und BonitoTV, also AdBonitoTV, fragt via Twitter, hey Janine, fail sagt man nicht mehr, hast du nichts gelernt? Nee, gar nicht. Hashtag fail. Hashtag fail. Also bist du two years ago, ne? Ich bin echt ganz schön oldschool. Deswegen finde ich auch dieses Twitter-Expertin so geil oder Internet-Expertin. Aber was soll man denn sonst sagen, wenn man Fernsehredakteur beim ZDF ist? Wie nennen wir denn diese junge Kollegin, die mit diesem ganzen Flimmer-Monitor zu tun hat? Keine Ahnung. Wie nennen wir sie Twitter-Expertin? Weiß ich nicht. Muss man das immer alles benennen? Das ist ja auch totaler Käse. Also ich habe das ja nicht erfunden und ich verstehe das auch nicht gänzlich. Ich versuche nur... Ich habe ein Twitter-Feed vorgelesen. Mein Gott. Aber es ist so eine Welt, wo man wirklich viel falsch machen kann offensichtlich. Ja, aber es ist auch so eine Welt, wo jeder denkt, er macht Aids-Forschung und es flippt völlig aus, wenn man einen Fake-Account zitiert. Also irgendwo ist auch ein Punkt. Manuel Möglich ist der einzige Journalist in der Runde und der einzige, der überhaupt in der Lage wäre, schlauere Fragen zu stellen als alle anderen hier. Und ich finde es ganz beschämend für mich und für Charlotte, dass der Einspielfilm von Manuel Möglich erst jetzt nach 53 Minuten kommt. Aber er kommt dafür jetzt. Ist Manuel möglich? Keine Witze über Namen, William. Die sind wirklich unmöglich. Also. Manuel Möglich, langjähriger Facebook-Freund von Jan und seit kurzem geil blinkender Punkt auf Charlottes Sexualradar, trägt schlimme Tattoos auf seinen spaddeligen Oberarmen, sieht edgy aus und sieht aus wie jemand aus Berlin. Kein Wunder, denn dort lebt der beim Radio und der Musikpresse ausgebildete, sehr gute ZDF-Neoreporter und sympathisch kompetente Präsentator der Reportagereihe Wild Germany. Nee, natürlich. Ob Schwulenclub, Schlagerwelt, Porno, Hackerszene, der im hessischen Weilburg geborene studierte Kulturwissenschaftler Manuel Möglich nimmt uns mit auf seine bizarre informative Deutschlandreise. Journalistisch vorbildlich, Fernsehpreis nominiert und vorzüglich von den Freunden des Weißnetzwerks in Szene gesetzt. Manuel Möglich ist der Reportage-Wonderboy des frischen, guten Fernsehens, ein prima Typ, neuer Journalist, angenehmer Frager, unaufgeregter Erklärer, ungewöhnlich und prätentiös und, machen wir uns nichts vor, die Weiber fahren auch noch voll auf ihn ab. Der sympathische Manuel Möglich, Wild Germany's Next First Class Fernsehreporter. Hat dich das persönlich verändert, diese Sendungen, die du machst, wo man viel Mut für braucht? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe das Gefühl zumindest, dass das alles so ist wie vorher. Ich habe mehr graue Haare bekommen. Das kann dich ja zum Besseren verändern, muss ja nicht zum Schlechten. Ich will ja nicht sagen, du bist abgehoben, sondern vielleicht hat man mehr Selbstbewusstsein, weil man sich Ängsten stellt bei den Drehs. Man ist auf jeden Fall, glaube ich, wenn es was ausgewirkt hat, ist man, glaube ich, ein bisschen, also man ist noch offener geworden. Man hat ja oft das Gefühl, dass man so unfassbar tolerant ist, aber man ist, glaube ich, noch toleranter geworden, weil man manchmal merkt, Moment mal, eigentlich bin ich gerade mit der Sache, die der Typ gerade hier macht, irgendwie auch so ein bisschen überfordert. Und meine Güte, dann macht er das halt. Er tut mir jetzt ja nicht irgendwie damit weh oder so. Was machst du denn genau? Reportagen über teilweise sehr politische Themen, die gar nicht so crazy sind, wie man das auch gerne sagt. Aber auch über Leute, die sich zum Beispiel gerne mit dem HI-positiven Virus anstecken oder die sich gerne ihre gesunden Beine amputieren möchten. Du warst im Schwulenclub in einem Darkroom unten. Hast du das angeguckt? Genau. Also quasi nur angeguckt. Wie hast du denn angeguckt, wenn das ein Darkroom ist? Naja, der Darkroom ist ja nicht, du weißt das, der ist ja nicht ganz stark. Nee, ich war alleine drin, weil mit Kamera sind wir nicht rein. Und dann durften wir nicht rein. Es ist so ein schummriges Licht, das ist in so einem Darkroom. Zumindest in dem Bereich, wo ich war. Du bist danach mit der Kamera rein und hast dann nochmal gezeigt, wo du dann da rumgelaufen bist. Dann habe ich auch gesagt, dass ich ja total das Mädchen war und einfach nur in den ersten zwei Gängen war und nicht in den ganzen Katakomben weiter hinten. Heterosexuell im Darkroom, ist das dann doch irgendwie in Erinnerung geblieben? Ja, klar ist man irgendwie so. Ich bin ja in der Unterhose da rein, das muss man noch dazu sagen. Du musstest, ne? Nee, ich wollte das auch, weil ich wollte da halt rein und es war nachts halb zwei und wir waren da mitten in Leipzig. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Wir müssen jetzt mal hier irgendwie weiterkommen. Und dann war das so, ihr könnt ohne Kamera rein. Wenn du hier so reinkommst, dann zieh dich aus. Dann dachte ich so, okay, ich zieh mich aus, aber die Unterhose würde ich gerne anlassen. Und dann meinte er so, da ist die Tür. Wenn du so ein Gefühl umschreiben müsstest, was du beim Betreten des Darkrooms hattest. Schiss. Obwohl es gar keinen Grund gibt. Weil ich meine, es passiert ja da nichts. Aber man ist, glaube ich, da, das ist wieder dieses Verkopfte, wo man denkt, sei doch mal ein bisschen offener als Heterose. Sei doch mal ein bisschen offener. Hyperventilieren so. Es kann schon nichts passieren. Es kann schon nichts passieren. Ich war mal in einem Swinger-Club, beruflich auch. Und ich hatte hinterher das Gefühl, das ist so eine totale... Schöne Welt. Nein, keine schöne Welt, sondern es ist eben wie so eine Gartenparty, wo Taxifahrer und Busfahrer auf einer Veranda sitzen und sich einen trinken. Aber nebenbei wird halt noch gebummst. Also es hat irgendwie ein komplett anderes Flair, als man das denkt in seiner Fantasie vorher, bevor man da drin ist. Also sind viele Rolf Edens da drin? Nee, eben nicht, sondern es ist eben sehr... Es gibt auch Swinger-Clubs und eben so Darkrooms, die eben sehr, ich sag mal... Ich meinte altersmäßig. Ja, altersmäßig, aber auch vom Style, wo es eher weniger plüschig ist, ist es mehr ganz normaler Sex, nur halt mit vielen Leuten, die sich unterhalten. Ich weiß das natürlich auch nur beruflich, das ist klar. Aber gibt's nicht jetzt, ich hab letztens so einen Artikel, ich hab, weiß ich gar nicht, irgendwo im Netz, im Internet hab ich da einen Artikel gelesen, gibt's nicht jetzt auch so eine neue Bewegung quasi der Swinger-Sex für die schönen jungen Menschen? Ja, weil wir Milfs und Filfs, wie wir zum Beispiel, uns wird das natürlich auch irgendwann langweilig. Und weißt du, wir haben aber die Eier nicht. Das ist, alle fantasieren immer rum in unserem Alter. Oh ja, warum gibt's keine Swinger-Clubs? Aber gibt's da jetzt, oder nicht? Ja, in Köln... Ja, du kannst auch so einen Swinger-Club rein, das sind halt sehr hässliche Alte. Nee, nee, das meine ich eben, dass du da irgendwo hinkommst, wo halt andere Leute und mich rumkommen. Wir müssen ja nicht VIP sein, wir müssen ja nur dein Alter sein, also dass es edler ist, meinst du? Genau, die sind ein bisschen... Es gibt, es gibt hunderte Swinger-Clubs auf der Welt, ne? In Köln zum Beispiel, jetzt in Köln, wo können wir jetzt nach der Sendung sicher alle mal hingehen? Genau, da wollen wir kennenlernen. Aber in Berlin gibt es sehr viele Swinger-Clubs, und da kommen nicht nur ältere Leute, sondern sehr süße junge Damen hin. Ja, aber kommen da auch süße junge Männer hin? Ja, auch nicht, ja, kommen alle Altersgruppen. Aber sehen die so aus wie manuell möglich? So, könnt ihr zwei nicht einfach mal nur mal austauschen? Weil ganz kurz mal eben, Charlotte hat nämlich der einzige Grund, warum du hauptsächlich hier bist. Dann tu nicht so, als wäre das irgendwie inhaltlich begründet. Du willst eigentlich mit Manuel möglich irgendwas anfangen. Jetzt fühle ich mich total diskriminiert aus, so. Ja, also ich weiß auch, ich bin für jeden Inhalt und so. Du machst auch total gute Sendungen. Aber hauptsächlich geht es um Sex. Es geht hauptsächlich um Sex. Ich hasse dich. Eine Pornodarstellerin. Was, sag mal, was willst du gerade sagen? Janine Michaelsen hat gesagt, ihr müsst mal eine Frau einladen, die der Jan geil findet. Und die einzige Frau, von der ich weiß, die Jan geil findet, ist Sascha Gray. Diese hardcore Pornodarstellerin. Und die ist zu teuer, um hier hereingeflogen zu werden. Also wir können diesen teuren Flug nicht bezahlen. Sie würde kommen, aber wir haben kein Geld. Sie würde kommen. Falls jemand zuguckt, der Geld spenden will für den Flug von der Hardcore-Pornodarstellerin Sascha Gray, damit wir auch mal Jan sexuell erregt sehen in der Sendung, bitte einfach spenden an btf.roesch und Böhmermann. ZDF.com Ganz kurz noch mal einen Blick ins Internet, Ines. Die Sendung neigt sich so langsam am Ende zu. Wie ist die Community drauf? Die Community ist super drauf. Ja, ist gut. Alle rasten aus. Und Halina C. schreibt zum Beispiel auf Facebook, ich finde eure Sendung sehr gut. Cool. Aber warum moderieren nicht Janine und Manuel die Show? Die sind doch viel cooler. Mmmmm. Ist ein Downer, ist ein Downer. Ein bisschen. Ja, aber ich kann nicht, also Entschuldigung. Was ist denn eigentlich im Darkroom passiert? Gar nichts. Hat dich keiner angefasst angesprochen? Nee, ich war halt ja total, ich hatte ja voll die Angst. Also ich bin ja einfach da durch und dachte mir schnell, einfach mal die kleine Runde drehen. Geile Männer sind wie Hunde, die riechen Angst. Wenn du mal wirklich Angst haben willst, dann mach so eine Geschichte mal aus dem Knast. Das wäre mein persönlicher Punkt. War ich auch schon. Also nicht im Duschen, aber mit Leuten, die halt... Lass dich mal einsperren zwei Wochen. Ist es so schlimm im Knast, wie man immer so erzählt? Ja, das ist nicht angenehm in Deutschland. Wieso? Also wird da viel vergewaltigt? Es gibt ja eine Studie aus Niedersachsen, um nicht zu wissenschaftlich zu werden, dass zum Beispiel 20 Prozent aller Jugendlichen im Jugendknast innerhalb von einem Monat Opfer sexueller Gewalt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Weiß man, ob von Betreuern oder von Mithäftlingen? Von Mithäftlingen. Es wird ja gerade überlegt in einigen Bundesländern, dass man jugendliche Straftäter und junge Kriminelle schneller wieder in den Knast steckt, weil Bewährung für die angeblich nichts bringt. Sind Sie da auch der Meinung oder ist das Quatsch? Wenn du junge Leute zu lebenslangen Kriminellen machen willst, dann steck sie einmal in den Knast, weil da lernen sie fürs Leben, nämlich wie man keinen richtigen Beruf mehr erlernt, sondern wie man auf die schiefe Bahn gerät. Also der Knast ist die Schule für künftige Verbrecher. Deswegen wäre ich da strikt dagegen. Das sagen die in meiner Lieblingssendung, die Mädchengang auch. Wirklich. Das ist da absolut der Tenor. Oh, habe ich den nicht beraten? Machen Sie sowas auch? Beraten Sie auch Privatfernsehen? Ich habe in letzter Zeit viele Anfragen von Drehbuchautoren, die mal was Realistischeres schreiben wollen. Also ich glaube, nächstes Jahr kommt ein ZDF-Krimi sogar, ein bisschen mehr. Und da habe ich am Drehbuch nicht mitgearbeitet, aber den Autor beraten. Ich fände das total gut, wenn jeder Tatort immer so ganz lange rumrecherchiert wird und am Ende nie der Mörder gefunden wird. Und alle gucken und keiner weiß es. Und es spielt immer eine Milieu, wo man sich total ekelt und die meisten Morde sind halt irgendwie irgendwelche Penner, die sich mit irgendwelchen Flaschen kaputt schlagen und die auch vor Gericht nicht keine Zähne, die wenigen Zähne nicht auseinanderkriegen und so. Das ist jeden Sonntag total realistisch, die Polizeiarbeit. Was meinst du, wie dann die Quote wäre? Da könnte Günther ja auch nämlich sehen, wo er seine Leute herbekommt. Ah! Stichwort Audience Flow. Dieses Schwein. Es läuft so eine... Ines, gibt es im Internet schon noch Reaktionen darauf? Wird schon, fordern schon Menschen, dass die Sendung abgesetzt wird? Oder der Sender gesprengt? Nein, ganz im Gegenteil. Also hier ist eine ganz liebevolle Twitter-Meldung gerade reingekommen. Also eine Frage. Ed Steinbach unterstrich Erika fragt, stellt euch vor, ihr seid alle zusammen im Swinger-Club. Welchen Partner würdet ihr wählen aus der Runde? Ja, bei mir ist das ja ganz einfach. Ja, also ich würde Charlotte oder Janine oder Hans. Das muss ich schon festlegen. Aber jetzt nur Interesse halber. Also wirklich, weil ich glaube, wenn man mit Hans Saper schläft, ist das wie... Da hört der Orgasmus niemals auf. Ein Mann schläft nicht mit Hans Saper. Also Punkt. Einfach Punkt. Herr Eden, mit wem würden Sie aus dieser Runde Geschlechtsverkehr haben wollen im Swinger-Club? Aber auch die Geste finde ich super. Aber muss nicht im Swinger-Club sein. Wir können gleich nach Hause gehen. Ich dachte, Sie sind verliebt, man. Jetzt zerstören Sie mal nicht mein Bild. Verliebt und Sex und zwei verschiedene Sachen bin ich. Richtig. Das ist so. Ich würde mit Charlotte. Wirklich? Ja. Charlotte, würdest du mit Janine? Ja, aber nur wenn du zuguckst, Jan. Aber Swinger-Club heißt ja auch, alle sind dabei, oder nicht? Herr Vetter? Ich glaube, ich würde auch rechts von mir präferieren. Aber zur Not würde ich auch meine metrosexuelle Neigung durchbringen und mit dem ZDF-Reporter. Da stehe ich zu. Vielleicht währenddessen irgendwie so direkt eine neue Folge. Hier ist man Mensch, hier darf man sein. Ist nicht, entdeckt man sich. Ja, und dabei eine neue Folge von... Aber ich habe das nur gesagt, weil ich ja weiß, dass er tierisch Angst hat. Weil Sie könnten so juristische Kniffe anwenden, die irgendwie so ganz andere Orgasmen ermöglichen würden. Alles kann, nichts muss. Hans Sabei, mit wem? Ja, ich muss jetzt wählen, oder... Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Du kannst ein Statement als Fußballer setzen, dass du die erste... Also du bist natürlich heterosexuell, aber du könntest sagen, du willst mit einem Mann schlafen. Nee, ich will mit keinem Mann schlafen. Ja, du musst, nein, nein. Und wenn, dann würde ich... Ich würde beide nehmen. Ich will mit keinem Mann, aber wenn, dann beide Frauen. Beide Frauen. Hans Sabei ist zu viel für eine Frau. Ist ein Diplomat. One Woman Can't Handle Hans Sabei. Sind wir eigentlich am Ende angekommen, oder was? Ines, ganz kurzes Schlussfazit von den Leuten da draußen im Netz. Vielleicht was Positives. Ja, also die meisten sind wirklich total begeistert. Ich glaube jetzt auch gerade nach der Swingersache... Kam gut an, Sex Cells, ne, auch im Netz. Sex Cells, auf jeden Fall. Also, wenn Sie im Netz noch Bock auf Sex haben, youporn.com. Es gibt noch, was gibt es noch, Hans? Es gibt noch U-Giz, habe ich letztens genannt. Was? U-Giz heißt das. U-Giz gibt es noch. Cliddy.com. Cliddy.com. Charlotte? Andrew Blake Ausschnitte angucken. Udo Vetter? Videobox.com. Und Sie, Herr Eden? Rolf Eden. Doch, Gott. Der Eil, der Eil. Das war unsere Sendung. Ich finde, das Internet hat heute eine gute, multimediale, interaktive Sendung, Charlotte. Ja, und ich kann das mit dem Internet ja nicht so einschätzen. Du bist da ja eher drin. Ich glaube, da ist ein Hype. Ein Shit-Hype. Hype. Klar. Hype-Storm. Ich habe das Internet sehr genervt. Und die Einspieler haben mich sehr gefreut. Du hast mich auf mein neues Outfit gar nicht angesprochen. Warum hast du ein Schnurrbart und eine Brille? Aus Scheiß. Nee, war doch. Ich habe mich auch nicht getraut, dann bei der Janine Michaelsen irgendwas mit der Bild-Zeitung. Nee, aber Janine Michaelsen war... Das geht ja nicht. Wenn jemand dann sofort sagt, ich mache das nie wieder und es war ein Fehler, dann war es das. Janine Michaelsen war oder ist eine sehr, sehr gute Frau. Also, nimm alles zurück, was du vorher in der Redaktionssitzung... Das tue ich hiermit. Janine Michaelsen. Ich hoffe, das ist mehr von Janine Michaelsen. Ich finde, Janine Michaelsen sehr gut. Ich liebe sie fast. Ich habe mich nicht geschafft, unterzubringen. Was denn? Warum die immer nur Assistenten-Jobs macht. Die darf nicht praktisch die Dienerin von Joko und Klaas sein. Das ist schlecht. Wenn die so eine Hype-Frau-Moderatorin jetzt wird, dann muss die sagen, ich mache nur eigene Sendungen, wo sie die Chefin ist. Wir können sie ja theoretisch produzieren. Wir sind dann Produzenten einfach und dann machen wir eine Sendung bei ZDF Kultur. Das gibt es wenigstens. Und ZDF Info ist, glaube ich, eine Erfindung von Janine Michaelsen. Die wollte sie sich richtig machen. Das ist wirklich eine andere Liefung gehört. ZDF Neo, ja. Aber ZDF Info... Das sind nicht ZDF Info, einfach Videotexten. Ich glaube, das ist Videotexten. Ja, also besser gehen. Ja, das war's auch schon wieder mit Charlies und Jannis digitaler Multimedia-Garage. Bleibt mir nur noch zu sagen, kleine Maus, ich klick dich an durch die Datenautobahn. Kleine Maus, nur ich und du im digitalen Rendezvous. Ich wünsche Ihnen allen noch einen rautigen Hashtag. Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Vielen Dank.